Hey, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem modded GTA-Race zusammen mit Orson Molinski. Moinski! Und Gambo Mambo! Gambo Mambo! Auf die Plätze, fertig, los! Okay, ich warte kurz, dass ihr euch wieder beschwert. Wir sind in einem modded Rennen. Heute werden wir in einen Hai fahren. Ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Nur einer kann gewinnen. Oh nein, nein! Was sind wir? Was ist das? Wie kann... Rufen wir da durch? Ja, natürlich. Du musst mit der Waffe da grinden, Elina. Oh, das habe ich nicht gehört. Vor allem, ich sage es so natürlich, als ob ich das wusste. Ich habe es durch Zufall gesehen, weil ich reingefahren bin. Oh nein, es kommt wieder von euch der Trash-Talk, dass ich die Map vorher kenne. Ja, safe, natürlich. Nein. Es ist halt kein Trash-Talk, wenn es die Wahrheit ist. Das ist halt ein gemoddetes Auto. Also seht ihr das? Das ist ein Schiff mit einem Auto. Echt? Ja, natürlich. Ich sehe das. Ja, ja. So, was jetzt? Was jetzt? Nein, bitte kein Flugzeug. Bitte kein Flugzeug. Nee, das ist... Oh, ja, jetzt bin ich im Boot. Ich bin wieder dieses Auto. Okay, gut. Alles gut. War da okay. Nein, nein, nein. Ich fall vor Seite weg, Mann. Was jetzt? Was jetzt? Was muss ich jetzt machen? Ich muss meine Waffe benutzen. Oh nein. Elina aus dem Böck. Ey, du... Das ist so mies, Alter. Nicht vergessen, Leute, flankt den Like-Button, denn nur mit der Kraft der Likes kann ich Elina hier runterrammeln. Ah, das hat nicht geklappt. Oh. Ich verstehe nicht, was man da machen muss. Das ist übelst schwer. Mann, ich habe Elina da so durchgeprügelt. Mann, Gambo, jetzt habe ich den Checkpoint nicht geschafft, du Affe. Und jetzt muss ich nach rechts. Deswegen Huck. Ja, ich fühle das mit Gambo. Ja, jetzt hat Ben das. Danke, Gambo. Was muss man machen? Pup, danke, Gambo. Ich küsse dein Herz. Mann, Gambo, ich wusste es doch nicht. Mann, Gambo. Was muss ich jetzt machen? Nee, das ist ja tricky jetzt. Okay. Muss ich jetzt hier durch? Nee, oder? Doch, mit den Fässern. Das ist ja wild. Eine wilde Hilde. Oh, nee. Oh mein Gott. Komm, komm, du schaffst es. Du musst dich festhucken an dieser roten Platte mit deiner Waffe. Ich weiß, das habe ich ja auch schon mal... Nee, aber Gambo weiß das ja nicht. Wie kann man die denn bedienen, die Waffe? Nee, du musst dein Auto... Nee, das musst du nicht. Du musst dein Auto steuern in der Luft. Boah, Elina. Das Nervige ist halt, dass Gambo vor mir ist. Und ich deswegen halt gar nichts machen kann. Oh, das soll nicht einfach verschwangen. Nein. Elina, richtig aggressiv ist gleich wieder. Nee, ich hätte das ja geschafft, aber Gambo musste mich ja... Gambo, hör mal auf, sie zu sabotieren. Das nervt jetzt hier mal ehrlich, ohne Witz. Benjamin! Ich stelle jetzt gleich zurück und crash dich nonstop, 20 Minuten lang. Ach, komm. Das wäre Ehre. So, jetzt bin ich wieder da. Nee, was ist denn das jetzt? Zu weit? Ah, ich bin im Wasser. Kann das etwa auch... Das ist halt for real auch ein Boot, ne? Kann ich da einfach so hochfahren? Ich hänge hier einfach fest. Und das war es wieder für Gambo. Ich hänge da einfach fest wie so ein Fisch. Ich bin zweit. Elina hat mich eingeholt. Was? Bin hinter dir. Das ist aber unlogisch hier. Ja, warum? Ich habe mich zurückgesetzt. Achso, ich muss hier gleich was machen. Ja, ich schaff's. Nee, du schaffst das. First Try! Nee, ey, gerade so mit einem Millimeter. Ich habe es genau gesehen. Das war ja so eine Frechheit. Ja, du musst im richtigen Moment fahren. Du darfst nicht zu viel Wasser dann mitnehmen. Ja. Aber das ist halt random. Oh mein Gott. Wir müssen ja auf jeden Fall schwimmen in der Mitte durch. Oh, das ist ja richtig cool. Ich habe nicht rübergemusst. Ja, das ist wieder Käse. Vielleicht geht es sich aus. Nee! Nein! No! Oh, ich muss mich komplett resetten. Also nicht komplett, aber wer weiß. Komplett. Sie muss einfach X-O-T-C ausmachen. Xbox, Playstation, alles. Ja, Mann. Jetzt schaffe ich's. Save. Nee, das ist... Du hattest da so einen Lackversuch. Alter, das war so lackmäßig 3000. Du darfst wirklich gar kein Wasser mitnehmen. Sonst schaffst du den Sprung nicht. Ja, ich hatte da auch gar kein Wasser irgendwie. Voll komisch. Ja, ist echt komisch, ne? So komisch, Igina. Das geht, das geht, das geht. Jetzt habe ich... Ja, jetzt schaffe ich's. Kein Wasser gehabt. Und... Ja. Nice. Bumm. Weiter geht's. Was muss ich jetzt hier machen? Ich muss das treffen... Achso, ich kann's kaputt fahren. Ich dachte, ich muss das treffen, ey. Ui, 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 ui. Am Randfahren ist, denke ich, schneller als ein Boot, oder? Oh, no. Oh, ui, ah. Ambo, bist du schon weitergekommen? Nein, Benjamin. Elina, guck, guck. Ja, moin. Hallo. Das ist schwer. Ja, das habe ich nicht hinbekommen beim First Try. Gott, ich bin unter Wasser. Und du wurde... Ich seh nichts mehr. Hä? Hä? Bin ich richtig? Was ist das denn jetzt hier? Ja, man muss... Man ist unter Wasser halt, ne? Hat er sich von der Kamera auch nix. Also, ich bin gerade gar nicht unter Wasser. Ich bin aber richtig hier, denke ich, oder? Aber ich fahre. Ich kriege es hin. Nein, da oben musst du die Platte mitnehmen. Ja. Nein. Ich dachte, ich kann das kaputt fahren. Ja, 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 ja. Ja. Wie lang ist denn dieser Tunnel? Ich belze ja komplett zehn Kilometer durch. Nein, jetzt bleibe ich an diesem Ding hängen. Ich bin so gebrochen. Wenn man eine ordentliche Kamera wenigstens hätte. Oh, ja, 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 ja. Oh. Oh, nein, 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 nein. Oh, ich seh, wo du durchgefahren bist. Ja, ich bin an diesen pinken Dingern hängen geblieben. Ja, ja, ja. Nein. Nee, es ist nicht so schwer. Du musst, pass auf, du musst den Speed mitnehmen. Dann ganz knapp über das Blaue hier. Okay, also nicht so knapp. Und dann fährst du einfach, dann musst du, fährst du einfach oben in der Mitte Vollgas, bis du den grünen Boost mitnimmst, dann komplett durchgas und dann irgendwann musst du dich aber so rechts halten, weil dann kommen so pinke Dinger. Ey, ich seh euch. Hast du's geschafft? Let's go, ich seh euch wieder. Aber jetzt kommt, jetzt kommt die richtig schwere Stelle, Gabo, hier. Das schafft dann Gambo so First Try, weißt du? Boah, das wär krass, würd ich ihm auch gar nicht können, sicherlich. Hallo. Junge, ich war anders lange am Anfang, gönn doch mal. Wir müssen jetzt rechts und dann. Ich denke, ich bin zu schnell. Kommt mit Felsen aber einfach nicht hoch. Das Ding hat keinen Rückwärtsgang. Nein, hier sind, hier sind, nein, mich hat eine Seemine erwischt. Hier sind Minen. Was? So, no. Egal, wenn ich dir jetzt die Luft gejagt hab, ist sie ja weg, oder? Gambo, bitte. Am besten schafft sie die da, jetzt weil ich die Minen gekriert hab, ey. Das wär die größte Frechheit. Alles ist auf dem Kopf. Ja, deswegen, ich hatte voll Probleme gerade über Land zu lenken, weil ich so gewohnt bin, dass es jetzt andersrum ist. So, wir halten uns rechts. Boah, Nina, du bist weit, ne? Ja, ja, ich bin beim letzten Pinken. So, was meinst du? Ich muss mich links halten. Ich meine ein bisschen links, weil ich glaub, da ist ein Ding leicht rechts, wo was deine Waffe außersehen festhakt. Was heißt außersehen? Wahrscheinlich sehr gewollt, aber... Ha, ich bin ein Mensch. Ja, es hat geklappt, links und links. Ja! Ich bin ein Mensch. Das ist mein bester Versuch bisher. Nein. Du musst auf jeden Fall smashen richtig, das Schwimmen, richtig schnell. Aus dem Weg! Scheiße! Nein, der schafft das jetzt. Boah, nee, Mann, aber übel knapp. Oh, jetzt bin ich gut durchgekommen. Nein, aber es ist einfach aufgehört zu schwimmen. Das könnte es jetzt aber sein. Da hab ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit gut gemacht. Jetzt den Left-Turn gut hinkriegen. Ja, das war gut. Nicht hängen bleiben. Gut. Es gibt weiter Stoff, Benzenheimer. Hier jetzt nicht hängen bleiben. Und Insta nach oben. Ja. Ich hab's, denke ich. No! Nein, das war schlecht noch. Aber es geht sich vielleicht trotzdem aus. Ich weiß ja nicht. Nein. Ich hatte die Oberfläche sogar gesehen. Das ist so gut. Nein, wieso macht der da so Zack-Zuckung, Alter? Ja, jetzt hast du die Wand geküsst. Let's go! Let's go, Ben! Ich seh' dich! Das ist ein Hai, Ben! Das ist ein Hai! Alter, war das schwer mit der Lunge. Heilige Mutter, ey. Mit der Lunge. Ey, ich muss echt die Lunge kontrollieren, Yelina. So, wie hast du es hier geschafft? Und was ist denn eine Leertaste bei mir? Was hast du gesehen, Gambo? Ich hab' das gesehen. Das sah so'n Fragi aus. Was war das? Und jetzt nochmal. Jetzt fliegt der runter. Ich seh's. Das seh' ich auch. Ey, wie soll ich denn da hochkommen? Ja, klettern. Spring einfach. Spring hoch. Wenn ich springe, macht er nichts. Ich... Hützlos! Hützlos, Yelina! So. Ah. Ja, der macht es. Geschafft, ey. Weiter, wieder weiter, Tau. Alter, hast du den Körper gesehen? Nein, da gab's keinen Checkpoint, Yelina. Okay. Hab' ich eingehittet. Reset mal. Echt? Ich hab' hier keinen Checkpoint gehabt, denk ich. Geh' jetzt ja mal ausprobieren. Kopp rein! Woo! Ich... Hä? Ich bin instant gestorben, hä? Hast du instant gestorben? Wie geil. Nein, ich hab' keinen Checkpoint. Ich bin wieder hier. Hä? Ich bin fast gestorben grad. Ja, du hast auch... Dann weißt du, wie du da runtergeflogen bist. Ja, das hast du... Wir müssen jetzt hier durch. Wir müssen jetzt das Loch im Schiff treffen. Ey, wir haben so lang gebraucht. Ich hab' jetzt hier nochmal ein Lungenvolumen. Ich hab' jetzt 40%. Das heißt, das müsste jetzt eigentlich ausgehen. Dann ist hier... Hier war ich schon. Hier ist so ein Loch. Und jetzt muss man einfach hier hoch. Und mit der neuen Lunge schaffen wir das jetzt. So, jetzt können wir hier diese... Diese Roll... Diese Tube hoch. Und dann... Ey, das geht sich halt nicht aus, ne? Das wird anders knapp! Ey, der Gießrot! Ach, geschafft! Was denn das denn jetzt hier? Wie komm' ich hier hoch, ey? So? Ah. Nein! Okay, ja, gut, 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 gut. Jetzt hier lang, hier lang, hier lang. Ja. Okay. Hammer. Alles unter Kontrolle. Jetzt hier lang. Ach, der weg. Als ob du noch gestorben bist. Das ist ja anders, bitte. Oh, das ist so unlucky, oh no. Oh, das ist halt echt geschafft. Da, seht ihr den Gang? Da müssen wir jetzt lang. So, wir jumpen. Du musst, Elina, wichtig, wenn du... Ja. Hast du's geschafft? Nee, nee, ich hab' den ersten geschafft, aber den zweiten. Wenn du durch bist, dann musst du den Fallschirm ziehen, wenn du dann runterspringst. Oh nein, jetzt wieder tauchen, Leute. Aber ich hab' jetzt irgendwo nun 40, das muss ich sagen. Hier ist ja relativ selbsterklärend, wo man langen muss. Hier lang, jetzt hier lang. Ja, wir müssen da ja an die Oberfläche. Katschämmern. Ja, easy, Alter. Boo, 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 boo. Hä, bist du schon weiter, Elina? Ja, ich bin schon, natürlich. Ist ein Rennen. Ach so. Habe ich bei den ganzen Lungenzeug vergessen. Nein, nein. Hä? Ja, ist irgendein Geisterwanddruck. Wo komme ich jetzt hin? Ah ja. Das ist aus dieser Probe-Perspektive so nice. Alter, da ist irgendwas explodiert bei dir, Elina. Oh, nee. Und das gibt keinen Check. Hä, wo geht's jetzt weiter, Elina? Na, bei dem gelben Schild. Guck hier. Körper rein. Körper. Und dann geht's, dann geht's da rein, aber da sind tausend Ebenen. Alter, mein, da hat übelst Schaden, ich hab übelst Schaden, ne? Ja, das ist ein Min, ich seh's. Ich muss in das Monster rein, oder? Nee, du bist, du wirst jetzt eigentlich ein Auto haben, Ben. Ich nicht, ich hab kein Auto. Ja, du musst es jetzt. Ach doch, jetzt hab ich ein Auto. Ach du heilig, was mach ich denn damit? Damit musst du jetzt in das Monster rein. Wie geht das? Verrate ich nicht. Ach, das hat Flügel. Baby. Wie aktiviere ich die Flügel? Alter, ich hab so heftige Flügel. Komm, 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 komm. In das, in den High rein jetzt. No. Nicht, dass jetzt was passiert da? Nix. Oh, das sieht ja übel cool aus. Das ist richtig viel Lack, was dann so am Ende da ist. Ich seh das jetzt, ich seh das. Ganz schön viel Lack. Das ist die, das ist das Finale jetzt hier. Mhm, das ist jetzt das grande Finale. Okay. Gambo, schafft er's. Gambo, ich muss mich da auf, was kommt eigentlich? Nee, ich werd jetzt so deutsch genudelt, ey. Oh, ich hab's. Oh, nein, nein. Alter. Das ist nicht euer Ernst. Oh, komm, 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 komm. Ich hab's, aber du hast es auch. Ist das knapp. Was für ein Foto-Finish. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben muss man. Alter, ich bin drei Meter hinter dir oder so. Nein, nein, nein. Hab ich's geschafft? Erster, ich bin erster. Ein zweiter. Junge, guck mal unsere Zeit an dir wieder. Oh mein Gott. Zwei Sekunden. Das ist ja wirklich ein Beschiss. Ich hoffe sehr, euch hat die heutige GTA-Folge gefallen. Flankt unbedingt den Like-Button. Wäre schön, wenn wir 10.000 Likes schaffen und das nächste Rennen zu spielen. Abonniert auch den Kanal, kostenlos, wichtig. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao.